Ich glaube, dass wir bestimmte Beschränkungen akzeptieren müssen, wollen wir den Klimawandel beherrschen. Dazu wird zum Beispiel gehören, dass wir nicht so viel reisen, wie jeder reisen könnte. Dazu wird gehören, dass wir den einen oder anderen Konsum auch freiwillig einschränken. Diese Einschränkungen der Freiheit sind freiwillige Einschränkungen der Freiheit. Und nicht unbedingt Einschränkungen der Freiheit, die jetzt quasi per Gesetz kommen. Es können auch Einschränkungen der Freiheit sein, die indirekt kommen, indem zum Beispiel die Preise für bestimmte Dinge, die klimaschädlich sind, höher werden. Und somit ist also aus meiner Sicht schon eine Analogie zu sehen zwischen der Bewältigung einer solchen Pandemie und des Klimawandels. Die Einschränkungen jetzt in der Pandemie, die sind ja nicht freiwillig. Also ich kann ja im Moment, ich darf ja im Moment nicht nach Mallorca fliegen. Insofern, wenn Sie diese Analogie ziehen, dann sind das ja keine freiwilligen Einschränkungen. Nein, die Analogie gilt für einige freiwillige Einschränkungen sehr wohl. Es ist einiges verboten, aber anderes, da appellieren wir doch nur. Wir appellieren doch jetzt an Sie, dass Sie so wenig reisen wie möglich auch dort, wo es erlaubt ist. Zum Beispiel Geschäftsreisen sind ja erlaubt. Trotzdem appellieren wir daran, dass so wenig reisen wie möglich oder meinetwegen Homeoffice. Wir appellieren an die Betriebe, so viel Homeoffice wie möglich zu machen, damit man sich nicht ansteckt im Betrieb. Das ist ja nicht verboten, weiter in den Betrieb zu kommen. Und also die Analogie betrifft hier den freiwilligen Teil. Ich würde es übrigens auch noch nicht mal für ausgeschlossen halten, dass wir in der Klimakrise in eine Situation kommen, wo wir das ein oder andere tatsächlich sogar verbieten müssen. Aber das ist doch genau das, was manche Kritiker jetzt befürchten, dass die Einschränkungen, die in der Corona-Pandemie benutzt werden als Blaupause, für sowas, ich sage es in Anführungszeichen, wie eine Klimadiktatur. Ja, aber das sind doch Verschwörungstheorien. Wieso? Sie haben doch gerade erzählt, dass die Corona-Maßnahmen Vorbild sein sollen und müssen für die noch viel größere Klimakatastrophe. Vom Vorbild habe ich nicht gesprochen, sondern ich habe immer gesagt, dass Einschränkungen der persönlichen Freiheit, dass ich bestimmte Dinge mache, bestimmte Dinge, die jetzt beispielsweise andere gefährden und auch mich gefährden in der Pandemie, schränke ich derzeit ein. Und freiwillig, weil ich einfach Teil der Lösung, nicht Teil des Problems sein will. Und genauso wird es auch bei der Klimakrise sein. Da werde ich bestimmte Dinge freiwillig nicht machen, weil ehrlich gesagt möchte ich auch bei der Bewältigung der Klimakrise der nächsten Generation zuliebe nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung sein. Und da ist die Analogie. Aber jetzt zu sagen, dass ich nur auf den Verbotsteil gucke, das ist doch eine Verschwörungstheorie, als wenn es da eine Blaupause gäbe. Aber der Punkt war doch der, wir hätten ohne eine technische Lösung, hätten wir also in Europa die Corona-Krise nicht in den Griff bekommen. Und wären uns die Impfungen nicht gelungen, hätten wir es nicht geschafft. Wir lösen das zum Schluss technisch. Und eine solche simple technische Lösung wie eine Impfung wird es bei der Bewältigung der Klimakrise nicht geben. Das ist meine Befürchtung. Hier sehen wir einen sehr, sehr, sehr besorgten Mann, der sich wirklich, dem es wirklich schwerfällt, die Freiheiten einzuschränken. Was soll er denn nur machen? Ich finde, man sieht es in jedem Gesichtsausdruck. Und wer denkt, es geht nur darum, die Freiheiten einzuschränken. Also was heißt nur, aber wer sagt, das wird beibehalten, ist dann ein Verschwörungstheoretiker. Das ist doch ganz klar, diese Hetze gegen die Leute, die einfach nur besorgt sind. Hm. Das ist doch ganz klar, diese Musiker. Vielen Dank.